das ist so frech die die hallo die range also die ist so frech guck mal da guck mal we'll ask me fuck you with your pistol moin und was geht und herzlich willkommen zu einer Folge von Blacklight D-Tribution mit der Showbox-Industation cooler moin da kommt's zur Woche flogen wir spielen auf Outpost und ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen ich werde jetzt mal ein bisschen versuchen mit der Scattershot reinzuhalten du Bobbing nein wie kann man wie konnte ich das veranlassen das war jetzt aber auch schwach hast du die range gesehen bitte die range ist so frech von der Waffe Leute wir müssen wissen dass es auf nahe Distanz meistens von Schatzwerfer um aber gut ich spielte so ist jetzt kein Polis Götter statt nur als Challenge hatten sondern einfach besitzt bis es so spielen noch auf die Schöne Rente ist Käpte deflects heißt wird ach die nehmen gerade ein Lass mal hier Prozent unterbinden eine Unterbindung schaffen ja ja das war's doch schon wieder wusste meint team immer aufs team schieben leute das wo ist der Typ jetzt ich finde Capture the Flag echt geil laut äh Modus Team Modus ja zack ja die haben jetzt die Flagge okay gar kein Ding der Müller okay alles klar der Müller gut guck mal was jetzt hier ist oh hier da ist mein Scattershot warum stirbt er nicht durch hat meine Shotgun nicht die übelste Todesrange nein Hauptsache nicht durch dein Ding ist gestorben ich hab ein ja ich war da ich finde dir ist auch noch einer ich wollte dich okay ich hab sie ja ich hab mich entscheiden wo ich mein Tomhawk los werde in welcher Ecke nein nein das war fast ein Dreier-Kill Junge hat er versucht der hat versucht meine Waffe zu nehmen aber hat sie nicht was der hat eine A drauf genommen der hat nicht meine Skattershot bekommen oder so egal läuft schon mal ganz gut Leute Kombo ist gut Skattershot und Wombo-Kombo 4 haha so targetten wir doch mal den Showbox NEIN Dross den Rauch hä der hat aber irgendwie so eine Blockwand irgendwie die deine Explosion geblockt hat ist das lächerlich ja deswegen nutze ich die alle du stanzt auf meinem Tomahawk auf ihm stanzt du so jetzt meine Muni alle jetzt hab ich oh hi hi warum hast du jetzt deine Position gewechselt hab ich gar nicht ich hab nur umgekehrt du warst plötzlich aus einem anderen Fenster aber ich hab im anderen Fenster ja der kämpft hier schon und kriegt es ja nicht bei mich ich bin im Minecraft Fenster was glaubst du Minecraft Fenster du hast gesagt ich war im anderen Fenster haha hast du umgeswitcht Meister Eder 1997 ja von hinten oh lol ich hab grad eine dort weggerollt haha ich hab nein lol bin ich auch ins gestorben aber leute 12-3 hm ich möchte jetzt nicht sagen dass es ne 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 Leistung mit scattershot ist aber es ist gut ne leistung für die Uhrzeit ist es ne Leistung ja es ist äh kurz nach 2 hä ich weiß nicht ob es Arbeit oder Leistung ist ha nein physischer Flachwitz ha 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 so mein Gott alter es läuft gut 14-3 und bei Showbox ja ja was naja das Problem ist halt hier man hat echt wenig Muni man tut was man kann ne du warst mein letzter Schuss ich hab jetzt keine Muni mehr ich hab sie gehört nicht so auf weil die Waffe die hatte die Zeit so wie so ein Kegel die geht nach vorne wie so ein Kegel und killt alles wir gewinnen eh alles wahrscheinlich gewinnen wir alles oder wow der Portus erst mal weg ich glaube auch so eine Scheiße hier schon wieder gefällt mir gar nicht naja naja du da oben oh naja du da unten lol hä ach ne jetzt kommt der Level 2er da noch scheiße naja eben ich sag grad du tust du stur auf mich halten trotz dass da einer hochkommt ja du bist mein einziges Ziel Hauptsache der Showbox man das ist so frech die die hallo die Range die Range die Range also Range so frech die ist einfach echt so frech oh ich hab sie schon hinter mir gehört ich hab's verfehlt joe ich hab aber im Sprung geschossen ich war hinter dir ne ich bin ja runter gesprungen aber ich hab dich leider nicht gekriegt aaaah scheiße egal so da ist wieder der Müller aah scheiße scheiße Müller wo ist denn der Müller jetzt hin der ist zurückgerannt okay Tactics ja ja du kommst immer von da jedes mal wenn du mich killst stehst du da unter diesem Ding das stimmt allerdings man okay naja aber das verzeiht gar nichts von dem was mich mit Götterschat holst vor allem nicht wenn ein Tomahawk ja ja das war echt schlecht ne also äh da kann ich es dann auch nicht mehr nachvollziehen ja dann ist es aber auch schon wieder vorbei mit meiner Geduld hä ja yo Luftschlag das ist aber das ist glaub ich echt gut auf der Map weil hier ist alles frei von oben kann man sich quasi nur oder verschützen loll stimmt Luftschlag ist richtig gut man wie viel Schüsse hat er auf seinem Kopf gefressen ja jetzt nicht nachlassen was Göttershot Tactics nein ich lasse das richtig nach loll 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 wo sind die Gegner loll wir müssen mal Flacke einnehmen ja nö scheißegal loll da hat mich mal der Level 2 weggemacht hi boah hättest du noch den ersten von deinem Team man weiß es nicht ja loll ach ne nicht so locker warte muss man machen ja man muss man muss du musst bisschen ausbauen so von deinen Tactics her loll die machen immer Luftschlag loll du hast ne Cola was für die machen immer schnell weg hä wie du rennst an mir vorbei bist du behindert hä du warst bei mir irgendwo ganz hinten loll der Typ ja ok geh ja was ist denn mit dir ich bin tot gewesen nein ich rede mit Ed Master 97 der hat auf mich geschossen obwohl ich Junge einer nade damit sein Burn Brainstorms Junge ach du Kalle ja ok alles klar kann man verhandeln lassen oder ok Leute du hast schon mehr als ne 3er KT GG 3x8 ist 24 jetzt krieg ich noch grad so hin Leute nein du stirbst das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ich kann mich bewegen kannst du nicht hä wo bist denn du jetzt hingelaufen ach da oben nein du hast Mist gebohrt Alter ne ich bin nicht geflogen ich war da echt ja Lava hab ich dich gehandelt oder was da kriegst du jetzt eine Hand zurück boah ich bin der Hunter jung da wartet der Rasse aus ich bin der Oker hat der Welt ist draußen der Welt ist draußen ich hab jetzt drei Mann Folge gekillt der ist nicht gewählt wir hatten aus dem erst aus dem der Pris HH 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 gut Leute 2710 ist echt gut gelaufen oh ja das stimmt 2er KT ich hab nicht ganz eine 2er KT 2313 neuer ist ja erste Runde würde ich sagen ja würde ich sagen sehen wir uns gleich in der 2. Runde bis gleich so Leute seht ihr in der 2. Runde genau wir spielen auf Safehold ich hab ne H also schweres Jobgewehr wieder Capture the Flag wo das wäre das ist das war ums Menü kümmern äh ums Menü Neu ums Missionsziel ums Menü das war ums Menü kümmern bis zu dumm das hat schon ein bisschen später Leute warum Ritter wieder zurück ok wir holen jetzt einfach mal die Flagge würde ich auch sagen ah ok Level 1 auch kommt von rechts angeschossen da Real Asmier ja oder Stupfarm seit schon die Küste ja oder ich werde auch Gott geformt ne ne warte mal der hat hier die Flagge das ist äh ne stopp halt ne ich würd sagen wir brauchen mal die Flagge nicht äh oh Gott ich hab durchgehalten ich wurde vom Bogen getroffen oder irgend sowas oder von der Sniper ja vom Bogen hol mal die Flagge Junge ja weiß nicht was du machst du musst mal vorgehen ja ich hab das doch ich hab die Flagge weggesniped Junge ja die Flagge ist aber jetzt gleich wieder ganz woanders eingesammelt wie er es mir kommt es verwirrt ha 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 oh oh ich bekomme Besuch shit hinter dir Hilfe hab lol oh ne das ist zu weit weg Doppelkirchen wir haben schon wieder die Flagge bist du gelähmt der ist ja nicht schlimm wir sind da bei der Ehre hä wo will der hin jo easy würde ich sagen ok wo bist du ok geh vor da kniffert kann ruhig die Flagge nehmen das so gut sitzt eher wenig ja was der Müller sniped aber ich ja ok geh weg schnell weg ich cover dich die haben unsere Flagge warte geh weiter geh weiter da ist aber der Müller im Weg der sniped nochmal so das Ding bräuchte ich jetzt bisschen Schutz der hat verfolgt ja ich verfolgt auch gerade Hilfe ok wir haben unsere Flagge ja gut mein Nate deckt mich halt überhaupt nicht ne das ist wieder hier lol also muss ich sagen es wurde hat Dommelo gut gemacht die Nate gerade hat Dommelo gut gemacht Dommelo gut gemacht ne das war ich gut der hat die Nate so übel block der hat die Wall geused hallo wie boah alter ich komme mir alle durchgezogen drei Leute gerade hier am Gang die nehmen immer und trifft warte mal wie ich wie viel steht da komme ich den Punkt zu her lol Junge die Skaterstadt ist so frech weißt du die Rage von der weißt du die Rage von der weißt ich gerade gemacht hat ich hab einen Schuss zurück und dann mit der übelweit gekillt hab die Flagge komm mal hier zu mir ja gut 15 3 die Haare ist echt gut Leute wenn ihr ein Bild haben will schreibt es mal bitte in die Kommentare ha 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 weil ich jetzt eh vergesse die Beschreibung zu tun ne Showbox du musst mal anders blocken das bringt da jetzt gar nichts du musst hier lang mit mir oh lol weiter 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 die Koffel oben woher oben machte von da oh er springt runter hab komm geh 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 lauf lauf ich bin menschliches Schutzschild lauf ja das menschliche Schutzschild hat mich grad schön geblockt ja ja hab easy ok jetzt kommen wir uns wieder hier voll auf die Killskasse drin einfach blocken ja ja einfach keine Flagge mehr durchlaufen einfach reinhalten jetzt wieder reinlunzen ja was macht mit der Real Asmir der Real na Junge das ist der Real Asmir alter ja voll der voll der Überking so die sind wieder bei unserer Flagge finde ich nicht so nett lol es gibt HAV alter vergesst ja nicht HAV zu nutzen ach du kacke der geht den unterirdischen Weg lol das macht er halt real ah ok hab ich lage ich mach ich mach 20 3 ok das ist challenge ok ich mach 20 2 oh puh du hast mir schon mit Scattershot weggenatzt ich hab die gehört also ich hab mir grad gedacht hey wer schießt denn hier auf mich haha weil das immer ein bisschen untergrund war ja da kam ich lauer hier so als Kreatur in der ja ja im untergrund ja ja tsch tsch lol er knifet mich erstmal mit dem Schalltummerhack ja ja knifet genau ja jetzt läuft er mit dem Katana weiter aber schon bitte obachten ich hab Scattershot er kann mit dem Katana gar nicht ja hab oh gott geil die Runde Leute ach oh der Colter ist lame lame du alles klar alle ragen bei Scattershot es gibt keinen der ist verkraftet tja warum nur tja warum nur so wieder einen nein aha oh ich hab ihn gekillt guck mal ich hab ihn ja ich hab ihn alle alle ragen das ist ja wahnsinn die Waffe ist aber auch bisschen lächerlich by the way ne die Waffe nur halb so und lächerlich wär ja die können ja nur übel wenig Leute haben weil die übel hohes Level braucht also was heißt übel hoch Level wie viel hast du und wie viel war es 55 ja ist schon relativ hoch also ich hab die halt ich bin Level 54 und hab die weil ich halt die schon vor dem Patch hatte deswegen hat mich das Level sein nicht mehr gejuckt weil ich die ja schon hatte ja nein ja aber der steht hinter mir mit der Pistole ich dreh mich um und kill ihn äh frag ich mich okay ich hab wieder unsere Flagge ich brauch jetzt Unterstützung kriegst du aber nicht ahaha weil meine AK ist auch gleich leer geschossen oh oh lol ich hab dich noch gekillt obwohl der Katana hatte komm auf mich wird gesniped as fuck du dir das menschliche Schutzschild haha drei Leute sechs Leute 15.000 ich hab kein Ding komm hau ich alle weg oh nice ich hab beide eine Flagge eingenommen alter nice schöne zwei Runden junge die stehen dort alle ne man kann jetzt so ein Multinate Kill machen das ist ja lächerlich ich bin richtig ich bin richtig low alter lol haben die alle gar kein hä gar kein knowledge mehr oder hä sind viele neue Spiele genau genau wie kann man mit so mit so und die knife spielen man scheiße wer hat mir denn jetzt weggenommen äh Job ich nicht Job hat mir den weggenommen ja der Klappstuhl der Klappstuhl der Klappstuhl hätten sie weggenommen yeah das war ein guter Schuss der ist nicht schlecht mit Bogen aber das gewinnen sie nicht mehr zwei Minuten zwei Flaggen ist machbar aber Alter wie ich gerade aufgeräumt hab ich will uns mal gegen Front der ist übel angehittet Showbox Nice Hacks haha haha oh god Schreib mal was will ich auch schreiben vor allem sag der Devil 1er Showbox 2 X mehr kann ich als will er dann nicht sagen und mein Name war ja gut Junge ich hab bestätigt ich hab grad drei Leute gekillt oder so hintereinander hä bist du blöd Alter es ist eh es ist halt einfach nur frech das kannst du nicht abliefern man ey ich hab einfach die Flagge immer reingesprayt das sind ja ja die absolut frechen Runden Achtung uuuh uuuh der ist nicht schlecht das war nice auch wenn er Hittrick hatte aber es war nice uuuh ich würd sagen wir dominieren leicht die Partie oder so bissl leicht ah meine Scattershot das ist kannst du keinem anbieten das kannst du echt keinem servieren das würd ich mir meinen älendsten Feinden wünschen oha oha lol ey der hat schon wieder hittrick mann ich wollte noch ein bisschen an Cola er hat ne Scheuerfotgun er ist nicht gestorben durch mein Scattershots Scattershots Götterschuss 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 ja nicht Scattershots sondern Götterschuss das ist irgendwann die deutsche Übersetzung ja ja das ist nicht so das gepätscht so noch zwölf Sekunden ja ja ich rötze halt einer der ist echt gut der ist echt gut das 337 wau alter ja gut 637 ja udo würde ich sagen gibt es erstmal die Geste ja easy runde hey lol mach mal mach das backt er mal schon glaub ich ja anfangs backt es unten rechts bissl aber egal so ein kleines Vieh ja gut treufe im Jungen wir haben beide 8 es ist zu beide 8 Tote gehabt 7 Tote 7 Tote lol ich bin fast also in 500 in 500 Jahren bin ich Level 55 ich denke echt das ist das ist das ist eine positive es dauert echt sehr lange oder finde ich persönlich ja das dauert echt lange aber gut Leute wenn euch die Folge gefallen hat was also es waren echt sehr gute Runden fand ich wir haben gut mit der Scattershot abgeliefert wenn es euch auch gefallen hat lasst auf jeden Fall eine positive Werte da jo und dann bis zum nächsten Mal ciao ciao tschuldede haut rein